Hallo zusammen, hier ist wieder Akne97 mit Let's Play Nier, der ersten Nier-Aufnahme in Hardy. Juhu! Ah, so. Ich war gerade noch unterwegs. Auf Toilette. Weiter Weg bis zum Klo. Nose. Katze. Auf Doom. Kleiner Leg. Egal. Okay, ähm. Wir haben hier mehrere Quests noch. Ich sag mal einfach mal auf, was haben wir medizinische Kräuter im Vital-Level. Dum, dum, dum. Und ich werde direkt in der Story weitermachen, weil ich wissen, wie es weitergehen will. Weil ich wissen will, wie es weitergeht. Ah. Okay. Hey. Hi. Ich dachte schon, du würdest nie wieder mit uns reden. Das hier ist wichtiger als du oder Popola. Es geht um das ganze verdammte Dorf. Ich weiß, du solltest mal mit Popola sprechen. Ich glaube, sie wollte mit dir über den Schatten dort reden. Das kann ich machen. Oh, und außerdem... Ja. Tut mir leid wegen gestern. Ich habe irgendwie die Nerven verloren. Nein, das hast du nicht. Außerdem war es ohnehin unsere Schuld. Sag Emil und kein Nil, dass es uns seittut, okay? Werde ich machen. So. Da sinkt die Wohler noch. Und wir machen uns auf den Weg zu Popola rüber. in die wunderschöne, zerstörte Bibliothek. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht in einem Bibliothekskeller irgendwas gibt. Was vielleicht noch von Interesse sein könnte für uns. Das weiß ich jetzt nicht. Könnte aber sein. Also es wäre nicht zu verdenken. Aber ich habe eh schon eine Vermutung. Und aktuell kann ich eh nicht runter. Also beiß dich es nicht. Und ähm... Ich muss kurz schneiden. Bis gleich. Blah. So, ich bin wieder da. Ich habe die Frames ein bisschen runtergedreht, damit ich hier keine zu starken Lacks bekomme. Dann reden wir mal mit dir. Popola. Oh, hallo. Seh mal, ich wollte mich entschuldigen für Gäste. Stopp. Wag es nicht. Du warst vollkommen zurecht wütend. Ich verstehe, warum du es getan hast, auch wenn ich anderer Meinung bin. Du versuchst lediglich, die Dorfbewohner zu schützen. Es ist nicht deine Schuld. Nun, ich fühle mich noch immer schlecht deswegen. Nur damit du es weißt. Pünke, Pünke, Pünke. Ähm. Ich glaube, du wolltest etwas mit uns bereden. Oh, richtig. Ja, was das angeht. Du kennst den verschollenen Schrein, nicht wahr? Den Tempel, in dem ich ursprünglich entdeckt worden bin. Genau der. Und wie es scheint, als wäre der Unterschlupf des Schattenlords irgendwie damit verbunden. Aha, es war also die ganze Zeit über direkt unter unseren Seiten. Okay. Aber der Eingang ist versiegelt und die Brücke, die uns dorthin geführt hat. Dann nimm ein Boot. Ein Boot? Ja, der Handelswasserweg ist repariert worden. Wir haben ihn in letzter Zeit häufig benutzt, da überall Schatten herumlaufen, ist es sicherer, als die Felder zu überqueren. Es gibt eine Anliegestätte nahe des Weges zum Hintereingang des verschollenen Schreins. Ich habe dem Fährmann von dir erzählt, er wird dich hinbringen, wo immer du hin musst, und das ohne Bezahlung. Das sollte es dir vereinfachen, dich zwischen den Städten zu bewegen. Danke, Popola. Du hast so viel für mich getan. Ich kann nicht fassen, dass ich mich dir gegenüber so verhalten habe zuvor. Ich sagte doch, mach dir keine Gedanken darüber. In Ordnung, man zieht sich. Ja, und bitte, seid vorsichtig. Okay, äh, das klingt interessant. Kümmern wir uns direkt mal drum. Haha. Super kaputte Bibliothek. Richtung Fährmann. So, das sieht mich jetzt, wo der ist. Immer wenn ich irgendwie vom Papa lese, möchte ich ihn wirklich gerne wiedersehen. So, schauen wir mal, der Fährmann. Das heißt, anscheinend geht es jetzt zum verschollenen Tempel zurück. Oh, der Weg über den Eingang zum Handelsbezirk sollte mich zum Bootsteg führen. Ah, okay, dann weiß ich so, wo er ist. Dann muss ich nicht mal auf die Karte gucken. Haha. Da hinten ist nämlich der Bootsteg. Haha, ich bin super intelligent. Ich kann ein Bootsteg finden. Juhu. Ähm, nein, natürlich nicht. Ich bin nicht super intelligent und ich kann auch kein Bootsteg finden. Ne, gut, im Bootsteg finde ich vielleicht dann doch noch. Ähm, ich möchte kurz gucken, was wir an Items haben. Ne, Generation Wund, Geweggen, Gift. La, 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 la. Da oder Schlüssel. Da, 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 da. Karten. Ah, okay. So. Irgendwo gab es da ein Wegchen. Eue. Da ist kein Fährmann. Da auch nicht. Ich spring da rüber. Ah. Ass auf doch, Nier. Du Sack. Wunderbar. Wir sind ertrunken. Sehr schön. So macht man das. Jetzt habt ihr gesehen, wie man das trinkt kann da. Bitte nicht nachmachen. Da drüben ist er. Ich will da rüber. Super Jumping Action. Blubber blubber blubber. Ja. Failure. Okay, okay. Ich gehe schon aus dem normalen Wege rüber. Der ist... Okay, ich weiß ihn. Das ist nicht so schwer hier zu finden. Aber ich bin zu dumm dafür. Wie immer Orientierungssinn wie ein Stein. Wie ein toter Stein. So, und zwar... Hier hoch. Dam, 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 da. Dam, 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 da. Woher hin? Ach so. Ah, da unten. Nee. Lass mich da runter. Swing. Ich bin nicht ersoffen, oh mein Gott. So. Hallo. Popola haben mir von euch erzählt. Sagt mir einfach, wo es euch hinzieht und ich zegle los. Völlig umsonst. Cool. Meeresfront. Verschollener Schrein. Dort sollen wir anscheinend als nächstes hin. Heimat. Verschollener Schrein. Nordfelder. Wüste. Meeresfront. Okay. Ach, da, ich bin doch dumm. Das X ist mein Heimatdorf. Äh, ich trottel. Am... Verschollener Schrein wollen wir. Ja. Dann bringen wir uns mal hin, mein Freund. Bin ich sehr gespannt, was uns jetzt dort erwartet. Und ob wir den Schatten dort dort finden werden. Klingt nämlich nicht unbedingt danach. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Der letzte Schrein ist am anderen Ende dieses Käse. Und das Shadowlord-Kastel liegt einfach über. Lass uns mein Kast. Okay, ich habe hier Emil und Kaini wieder. Und ich wäre fast ins Wasser gefallen. Okay, machen wir uns auf den Weg. Dunkel durchrollen. Also wir sind wenigstens nicht alleine. Auf dieser Weise jetzt. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Okay, da ist er. Okay. Dann gehen wir mal hin. Juhu. Kann ich ins Wasser fallen? Ja, ich kann da trinken. Okay, ähm. Kaini? Und dem hier. Voll am Abspacken. Ja, medizinisches Kraut natürlich. Ich bin ja so dumm und rennt. Kaini? Kann ich keinen schubsen? Reinschubsen? Reinschubsen? Na, schade. Ich hätte sie gerne reingeschubst. Boah. Nach fünf Jahren versteinert muss das auch noch sein. Ab in die Wanne mit dir, Kaini. Nein, natürlich nicht. Hopp. Komm, hoch den Weg. Hopp. 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 Da. Springst du? Wo ist es? Der eine fliegt, der andere springt. Das ist ja unerhört. Und ich muss die Leiter hochkrabbeln. Und die porten sich einfach. Die Schweine. Jaja. So schön haben es die. Wenn die das wüssten. Uiuiui, da ist was. Das ist was Interessantes. Geben wir es mir. Den Speer, die Teufelskönigin erhalten. Okay. Waffen. La 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 la. Ups. Die Teufelskönigin. Auf jeden Fall stärker. Aber ein bisschen schwerer. Gut heiß. Okay. Der Lieblingsspeer einer verrückten Königin, deren Macht gelöst ist, dass sie alle Frauen ihrer Söhne töten ließ. Okay. Rüsten wir ihn aus. Waffen zu haben so 47%. Das sieht nicht mal so schlecht aus. Ist ganz okay. Hopp. Hoch mit dir. Du musst da ganz schön weit hoch. Ja, los. 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 Spring. 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 Wir sind angekommen. Nach links sollten wir nicht unbedingt gehen. Oh. Eine weitere Leiter. Und Emil fliegt einfach da hoch. Der faule Hund. Und Kaini teleportiert sich hoch. So faul. Das ist schrecklich. Okay. Pepper. Hap. Okay. Ja. Sieht gut aus. Rein da. Sieht jedenfalls richtig aus. Hoffe ich. Und ein anderes Speichelsymbol. Uh. Was ganz neu ist. Dump, dump, da. So. Schadenswicht. Okay. Oh. Wir sind wieder im Tempel. Hallöchen. Tempel. Wo bin ich denn? Da oben kam ich her. Genau. Da kam ich jetzt her. Okay. Dann will ich sagen. Ich gehe mal Richtung. Ich schaue mich erst mal um. Oh. Oh. Feilt euch nicht. Ich glaube ihr habt's. Raubt sie mal. Du bist nur. Du bist so. Oh. Wo habe ich denn hin? Da bist du. Stirb. Ich kann nicht noch viel weiter. Und. Bam. Weg. Ulo erhalten. Du musstensbrecher plus 8%. Eine Kraftkapsel. Okay. Ich würde. Das sieht mir wie der Haupteingang aus. Das werde ich. Ich kann untersuchen. Sieht nicht so aus als dieses. Wie will ich jetzt öffnen? Boah. Stirb. Sack. Bomb. Und. Booms. Bombs. Bombs. Du bist so. Okay. Ich gehe einfach mal hoch. Also. Ich sehe da keinen Zweck jetzt. Irgendwie. Irgendwann zu. Okay. Das ist ein Zweck. Dich töten. Super. Super. Rüstungstypi. Bombs. Bombs. Stirb doch. Stirb. 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 Aber eigentlich. Stirb. 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 Komm her. Böses. Läste noch? Ja. Boom. Stirb. Das ist nichts mehr. Die geht auf. Okay. Greifen. Epper. Ich merke, ich habe keinen Nien nicht mehr da und auch. Dingens nicht mehr. Emil. Hep. Komm her. Lala. So. Sollte ich da durchkommen. Haha. Super Modus. Super Block verschieben. Modus, um Tür zu öffnen. Modus. Ähm. Wie will ich den schieben? Okay. Ich habe eine Idee. Kann ich dich von da aus schieben? Ich habe dich doch gerade... Du warst doch gerade bereit, geschoben zu werden. Verdammt. Anscheinend kann ich ihn nicht schieben. Dann kann ich dich ziehen. Kann ich. Kann ich theoretisch dich dahin? Genau. Okay. So mache ich seinen in die Ecke. Ab, komm. Pack ihn. Sehr schön. Und... Weg mit dir. So. Den anderen an die Wand. Und der Platz ist da. Haha. So leicht ist diese Schieberätsel. Das ist alles zu leicht. Viele Gegner, die ich eigentlich nur mit einer großen Waffe töten würde. Aber ich bin mal so frei und bleib mal schwer, weil der Raum ist sehr klein. Heu. 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 Stirb. 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 Wo bist du? Da. Komm her. Heu. 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 Zu viel. Pisser. Okay. Ich verursache ihn. So viel Blut. Was. Zelle. Kann ich. Super aus. Leuchten Modus. Okay. Äh. Darüber. Ich will die Kisten. Äh. Medizinische Kräuter brauche ich nicht. Ich habe ja hier drin noch keinen Treffer erhalten, was ich sehr seltsam finde. Aber es funktioniert anscheinend noch. Dass ich kein. Super durchgeportet. Okay. Ähm. Es wird schon interessanter. Ich habe da wahrscheinlich eine Idee. So. Äh. Wir können ja drüber springen. Epper. Epper. So. Da drüber. Dann. Ziehe ich den. Dahin. Genau. 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 Vielen Dank.